Da sind wir wieder, krass, zwei Stunden vor Auftritt, am Start, wow, hinten an der Playa ist die Hölle los, Easy Glück sinkt gerade, ich bin gleich da, 22.30 Uhr, wird geil, wird schön, Mallorca. War Abrissshow, war krankenshow, Achtung, guck mal, hier stehen noch ein paar im Zaun, hallo. Was ist mit deiner Stimme los? Meine Stimme ist weg, nur wegen der Klassik. Wer ist der Mensch? Er ist der Wahnsinn, ihr Wolle, Petri ohne Stimme, geil. Lassi, 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 Lassi. Ich liebe mich, Mac Noob, ich bleib Lassi. Wie heißt du noch mal, Tim? Ja, ja, Timmy. Ich wünsch dir nur das beste Klassik. Ich liebe dich, Timmy. Wir heben wieder ab, ich habe unglaubliche Zahnschmerzen. Ich werde jetzt so aus direkt den Zahn ziehen lassen. Ich habe alles hier. Der muss jetzt raus. Ich muss jetzt da hin. Da vorne, unsere Sandworks 2 Flasche. Sieht groß aus, oder? Das ist doch nichts. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Für zwei von uns. Gefühlt ist es wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich richtig reden kann, obwohl mir das Reden mit den Zahnschmerzen auch schon später fällt. Gleich wird mir der Zahn gezogen. Aber jetzt möchte ich euch es nicht vorenthalten. Ich habe euch gesagt, ich synchronisiere einen Film. Paramount Pictures. Ich bin im neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem ab dem 3. August. Der Mutanten Rochenfisch. Ray Filet. Post Malone spricht den in den USA und ich bin der in Deutschland. Ray Filet. Äh, Ray Filet. Jetzt muss ich den Zahn rausziehen, wir sind da. Tschüss. Tschüss, bitte. Tschüss. Spritze habe ich jetzt drauf. Ich habe jetzt die Spritze drin. Ich muss wieder rein. Nee, ich kann noch bleiben, sagt sie. Ich habe die Spritze drin. Ciao, amigo. Jetzt geht's los. Das ist die Zahn zweigeteilt. Das ist er also. Ich kann nicht reden. Gute Nacht, ich gehe ins Bett. So, Bubi fährt mit seiner Vespa. Ja? Bei uns ist Halligalli in der Garage. Das sage ich euch. Ja, Roni. Also hier wird ja kräftig eingekauft, sehe ich. Ich habe nichts. Was wird denn hier gekauft? Kassiert ihr schön ab? Familie Schoppen bei mir im Kaufland. Ja, herrlich. Oh, habt ihr euch aber für gute Sachen entschieden. Toll. Ich wollte mich nochmal melden. Ist krass. Ich sage es euch ehrlich. Ja, ey, nachher komme ich ja rüber wie eine Memme. Aber wenn euch so ein Zahn gezogen wird, es ist einfach widerlich. Und ey, ich zeige euch nochmal. Also ich weiß die gar nicht, was ich... Was habe ich denn für Dinger da drin? Was ist denn das? Ich will noch kein T-Rex. Das ist geisteskrank. Das fehlt jetzt einfach hinten drin. Kranke. Ich muss jetzt... Ich konnte doch heute keinen Podcast machen. Ging nicht. Muss relaxen, muss entspannen. Danke euch. Aber bevor ich am Sonntag nach Las Vegas fliege, war mir wichtig, dass der rauskommt. Zahnschmerzen, das sagt ehrlich, das Letzte. Jetzt Lochschmerz und geschwollen. Ach, fang cool doch. Oha, ich glaube im Garten sind Piraten hier. Und vergraben gerade einen Schatz. Ich bin kein Schatz. Ja, da ist ein großer Goldschatz. So, meine Lieben, wir haben einen Riesentrip vor uns. Niedersachsen, jetzt erstmal Frankfurt. Auto abstellen, Fahrer holt uns ab. Niedersachsen, Schwarmstedt, heute Abend 20 Uhr Stage Time. Danach wieder zurück Frankfurt mit Fahrer, dann Las Vegas. Sehen uns in Schwarmstedt heute Abend, kommen vorbei. Und wenn du Maybe we 30 Uhr darauf an Primärchen überdحمhiss ihnen anhionen.